Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem supernicen Kanal. Schreibt mir alle Hashtag supernicerkanal in die Kommentare. So heute ist der 8. Dezember. Heute gehen wieder drei Skins raus. Der 1. Preis wäre ein R8 Revolver Reboot. Der 2. Preis wäre dann eine Glock 18 Water Elemental. Ziemlich nice der Skin finde ich. Und der 3. Preis ist dann eine Aokameleon. Wäre dann der 3. Preis für heute. Für die 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 heute wie das erste mal einschalten. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort nehmt ihr im GW teil und dort erkläre ich, wie ihr teilnehmt, was ihr gewinnen könnt und so weiter und so fort. So. Heute. Also die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus. Sollten die anderen eigentlich schon alle wissen. Dann würde ich nicht lange labern, sondern gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Der R8 Revolver geht heute raus an Gameplayer 287. Der war gestern bei den Winnern nicht dabei. Mal GZ an dich. Der 2. Preis war dann die Glock 18 Water Elemental. Die bekommt heute der Traderino. Ebenfalls GZ an dich. Der war gestern auch nicht dabei bei den Gewinnern. Und der 3. Preis war dann die Aokameleon. Die geht raus an den LP mit Spike. Der Wack ist dann ebenfalls nicht dabei. Ging ja heute relativ flott. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so oft die Kommentare reingeladen. Weil das dauert halt jetzt dementsprechend schon etwas länger. Es sind ja schon 12.200 Kommentare. Und das ist halt... Ja, aber besser. Mehr Kommentare reinladen, als dann im Nachhinein nochmal die Aufnahme zu unterbrechen und Kommentare erneut reinzuladen. Das war's dann auch gleich wieder für heute. Ging heute auch relativ zügig dahin. Gott sei Dank. Und so kommt das Video für euch heute auch mal früher raus. Glückwunsch nochmal an die 3 Gewinner von heute. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert mich, wer mich noch nicht abonniert hat. Und ansonsten sag ich dann auch gleich wieder. Ciao und bis morgen. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.